Wir hatten über die Titelschwemme von Inter in den Jahren 2006 bis 2010 gesprochen. Oder müssen wir über Mourinho... Achtung! Tor! Und jetzt wird's nochmal richtig spannend. Oh, jetzt wird's nochmal richtig dramatisch. So ist das im Fußball. Die eine Mannschaft hat den Gegner scheinbar im Griff. Aber eben scheinbar mehr. Tja, und ein bisschen Glück, sehen wir hier, gehört eben auch dazu. Das sind Zentimeter, aber der Ball landet im Netz.